Man nehme die Hauptdarsteller und die Publikumsmagneten aus verschiedenen Musical-Produktionen, forme daraus eine stimmgewaltige Gruppe und fertig war schon das Projekt Voices of Musical. Die Niederländerin Maja Hackfort hatte vor fünf Jahren die Idee dazu und seitdem tourt die Formation von Auftritt zu Auftritt neben den eigentlichen Musical-Engagements. Gestern Abend wurde im Wiener Ronacher dieser fünfte Geburtstag mit einem extra langen Spezialprogramm gefeiert. Ich hatte irrsinnig viele Konzerte gesehen und da stand immer dann auf den Postern die Stars von und dann habe ich gesagt, warum machen wir nicht wirklich ein Programm, wo das Publikum wirklich die Hauptdarsteller des Musicals bekommen. Und das war eigentlich meine Idee. Und dann habe ich, weil mir das Wohlgesinnt war, meine Kollegen auf die Bühne geholt, die ich sehr, sehr gerne habe. Welch Liebespfeil, welch Amor Und dann habe ich gesagt, wir machen ein besonderes Programm, nicht immer alle Nummern, die das Publikum schon kennt, aber die sollen mit einem neues Musical auch nach Hause gehen. Und ich liebe das Musical so sehr, dass ich gesagt habe, wir machen eine schöne Mischung, damit es auch neu ist. Jetzt hat auch jeder seine Position, irgendwie so auch repertoire-mäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass Leute da sind, die total im Job dann auch Konkurrenten sind. Man ist immer ein bisschen Konkurrent und eigentlich gar nicht. Die Marjane ist schwanger geworden und die Maya hat mich dann angerufen und hat gesagt, magst du ihn nicht? Und ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich mag Musical total gern und es war eine tolle Einladung, finde ich. Vor fünf Jahren versammelte Maya Hackford erstmals Musical-Kollegen zu einem Weihnachtsspecial. Daraus entstanden ist die Formation Voices of Musical, die in unterschiedlichster Besetzung auf der Bühne steht. Gestern wurde im Ronnacher Geburtstag mit einem Galakonzert gefeiert und mit einem zukünftigen Mitglied. Ja, ich wurde in die Nummer hineingequatscht von mir selbst. Es ist ja so, dass ich ab nächstes Jahr bei den 4 Voices dabei bin. Und nachdem das Konzert in unserem Haus, in unserem momentanen Don Camillo-Haus stattfindet und es eben Montag ist und mein Freier hat gesagt, weißt du, was Maya, mach noch vor und können wir mal. Ich brauche einen Mann neben mir, weil ich doch eine größere Frau bin. Und wir verstehen uns echt super gut in Don Camillo. Und somit geht Voices of Musical in die nächste Saison. Untertitelung des ZDF für funk, 2017